Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich euch was zeigen und zwar hat mich ein super süßes, absolut überwältigend, liebevolles Ü-Paket von der lieben Jessies Craft Corner erreicht. Und zwar stand das gestern bei mir, als ich nach Hause gekommen bin, nachdem ich meine Kleinen von der Schule geholt habe. Ich habe nicht damit gerechnet, überhaupt gar nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass was ankam. Ich wusste, sie wird oder sie macht bei dem aktuellen Herbst-ATC-Tausch mit, der noch bis 8.12. geht bzw. auf den 15. verlängert wurde. Spoiler! Ja, und ich stand erstmal da und wusste gar nichts, mit dem Paket so hundertprozentig anzufangen, Weil ich schlicht einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass mehr ankommt als ihre ATCs, die jedes Mal einfach echt total genial sind. Aber ich will nicht mehr spoilern. Genau, und ich habe dieses Paket aufgemacht, nachdem ich ihre Adresse gelesen habe und dachte mir, hä? Wie jetzt? Ja, darin war dieses wunderhübsche, süße, zauberhaft schöne Album. Und was mich als, jetzt muss ich organisieren, ich habe es nämlich ein bisschen zusammengepackt. Und was mich dann als nächstes noch angelächelt hat, war diese süße Karte mit den zwei Faultieren. Oh mein Gott, so süß! Ja, das Tutorial für dieses Weihnachtsalbum findet ihr auf Jessys Craft Corner. Den Kanal verlinke ich euch unten oder setze ich euch unten in die Infobox rein. Ich hoffe, das ist okay, Jessy. Ja, da hat sie ein Tutorial abgedreht für dieses mega süße Album. Also das wird definitiv ganz dolle gefüllt mit richtig vielen schönen Fotos dieses Jahr. Und bekommt dann danach natürlich einen Ehrenplatz. Moment. Entschuldigung. Ja, dann waren darin zwei kleine grüne Wichtelchen. Und das war es noch nicht. Dann waren darin diese wunderschön knuffigen kleinen Kameraden. Also echt total süß. Die kann man auf 3D-Optik dann kleben. Wobei ich glaube, der grüne ist auch nur einer. Das sind ja diese Bastelsets, die man so mit, wie heißt das, Formtapes einfach anheben kann. Dass es so eine 3D-Optik bekommt. Dann waren ganz viele von diesen kleinen süßen Stanzteilen drin, mit denen ich ja unwahrscheinlich gerne eh bastle. Ein Bullet-Journal. Dann ein Sticker-Block. Ich liebe diese Teile. Und ja, einfach auch richtig gut zum Journnen. Für, nicht nur für Urlaube, sondern auch für meinen Kalender. Bei dem ich noch keine Ahnung habe, wie ich ihn nächstes Jahr aufziehe. Vielleicht mache ich einen Schritt zurück in ein Bullet-Journal. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich jetzt hier schon so ein süßes da habe. Ja. Muss ich mal gucken. Würde sich ja anbieten. Dann war in diesem ganzen Paket diese süße Streudeko über den Sachen. Die habe ich mir natürlich gleich rausgeholt für Schüttelkarten. Und habe sie in eine Folie gepackt. Die kommt dann in meinen Schrank. Und dann war dieser wunderschöne Block mit drin. Den habe ich mir auch schon mal beim Teddy, glaube ich, geholt. Ja, genau. Beim Teddy. Und ich mag diese, einfach die Art und Weise der Blätter. Das geht so in die, in die Vintage-Richtung. Und das ist einfach voll mein Stil. Auch so mehr. Genau. Ja. Also ich muss ehrlich gestehen, als ich das Paket geöffnet habe, blitzte mir, wie schon gesagt, dieses süße Album entgegen, von dem ich mir das Tutorial definitiv jetzt dann nachher noch angucken werde. Und ich werde es auch definitiv nachbasteln. Und ja, noch eine andere Sache. Und die hat mich schon so... Oh, da ist ja nochmal ein Sternchen. Und ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe das Paket von meinen Kindern aufgemacht. Und die waren ein bisschen, ja, ein bisschen irritiert. Denn mich blitzte nicht nur dieses wunderschöne Album an, sondern mich hat auch das hier angeblitzt. Und wenn ich das schon wieder sehe, wird mir schon wieder ganz anders. Jessie, du weißt schon echt, dass du dezent verrückt bist, oder? Also so einen kleinen Ticken. Dazu muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar, ich bin ja regelmäßig auf Planertreffs. Also wenn ihr hier aus der Gegend kommt und ihr habt Lust mal zu einem Planertreff und ich erfahre, dass der Planertreff Steinheim wieder stattfinden sollte, sage ich euch gerne Bescheid. Ja, da war eine Bekannte, die umgezogen ist und halt ihre ganzen Sachen aussortiert hat. Und die hat so einen Cartoon ein bisschen größer, also ein bisschen breiter, ein bisschen höher mitgebracht. Und meine Tochter hatte den Inhalt dieses Cartons gesehen und hat sich total verknallt. Ja, daraufhin habe ich meiner Tochter den Inhalt mitgenommen und habe mir noch so ein flexibles Filofax von ihr mitgenommen, habe ihr das abgekauft. Ja, dementsprechend kannte ich die Art dieses Cartons und als ich den dann gesehen habe, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, sie wird doch nicht, sie hat doch nicht. Sie hat... Oh mein Gott. Ja, ich habe schon wirklich ewig lang überlegt, ob ich mir einen Webster's Pages oder so ein Filofax Ringbuch wirklich hole. Aber ich weiß, wie viel die kosten und ich tue mir schwer mit solchen Ausgaben. Ich war ja letztes Jahr auf Sylt und da war ja in Westerland dieser Büromarkt und die hatten auch Filofax und auch Leuchtturm und ich habe mir echt überlegt, nehme ich einen Filofax mit? Ach nein, die haben einen Online-Shop, da kann ich dann auch mal gucken. Ja, nur war im Online-Shop keins von den angebotenen, günstigeren Filos und ja, dementsprechend bin ich leer ausgegangen, hätte ich halt so einen mitgenommen, wobei ich es jetzt nach dieser Mega-Mords-Überraschung, ja, auch überhaupt nicht mehr schlimm finde, dass ich mir keinen mitgenommen habe. Ich habe diesen Karton geöffnet und habe nur dieses Büchlein da drin gesehen und ich habe wirklich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr, also ich habe wirklich nur noch geheult. und ja, meine Kinder waren halt sichtlich ein bisschen überfordert, wo ich dann auch nur gesagt habe, alles ist gut, alles ist gut, boah, guckt euch das an, boah, ich freue mich so und ja, da war es dann gut. Ja, also du bist wirklich echt total verrückt, nur dass du es weißt. Ja, dann waren die hier noch mit drin, das sind auch Original von Webster's Pages und dann noch Planer-Pockets. Ja, das war alles hier so mit drin und ja, ja, also weniger oder ja, so schon irgendwo hin, also ich kann es nicht glauben, dass das jetzt wirklich meiner ist, also so. Ja, ich muss mich echt zusammenreißen hier, sonst plärre ich gleich nochmal los, wie peinlich. Ja, dann war das hier drin, eine Girlande. Also ich denke, die werden wir demnächst dann auch an die Wände hängen, an dem unser Weihnachtsbaum steht. Das passt einfach zur Farbe unseres Schmucks. Dann habe ich ein Buch bekommen und zwar Uralte Weisheiten der Bäume. Ja, sowas finde ich persönlich immer richtig cool. Ich lese momentan viele Ratgeber auch, weil ich auch ein bisschen was aufzuarbeiten habe, was die liebe Jessie bestimmt auch über Insta mitbekommen hat, was jeder irgendwie mitbekommt, der mir bei Insta folgt, weil das da halt einfach auch ein Thema ist und zwar das Thema psychische Gesundheit. Und da ist natürlich sowas auch echt hilfreich. Also ich habe schon mal ein bisschen reingeluschert. Ja, es ist im Endeffekt schon viel auch die Verankerung der Natur. Also und das ist dann natürlich echt was, was ich wahrscheinlich inhalieren werde. Genau, dann waren die hier dabei. So süß. Natürlich planertechnisch auch echt genial zum Verarbeiten. Und dann hat die liebe Jessie mir noch Papier geschickt. Und natürlich habe ich auch den Karton erkannt, meine Liebe. Also ich habe schon das Herzchen da drauf gesehen und dachte mir, oh Gott, das ist ein Karton von Dani Poys. Und ja, also die Papierarten, die 35 mal 35 einzelnen Papiere kenne ich und ich liebe sie. Ich wollte so gerne mal Layouts damit erstellen, also gerade mit Fotos und Die Cuts und so allem. Aber ich bin bisher einfach überhaupt noch gar nicht dazu gekommen. Und das ist eigentlich echt schade. Schade, schade. Man kann so viel Schönes damit erstellen und ich komme einfach nicht dazu. Es ist echt wie verhext. Aber ich habe es mir jetzt fest vorgenommen, dass ich jetzt wirklich mal an meine Ordner rangehen muss. Und es jetzt wirklich mal ganz dolle, dringend Zeit wird, dass ich hier wirklich mal was mache. In so einem wunderschönen Grün. Dann in dieser tollen Linie drüber. Ich denke mal, ja das ist Simple Stories. Das liebe ich. Was ich toll fand war, du hast mir so viele Papiere geschickt, davon kenne ich noch nicht mal die Firmen. Also ich werde da jetzt echt mal los schauen gehen. Muss ich. Und dann hier natürlich London. London ist Hammer. Also da möchte ich definitiv irgendwann mal wieder hin. Ja. Ja. Genau. Das war das riesen, mega, liebe, ultraherzige, super Überraschungspaket der lieben Jessie. Guckt auf jeden Fall auf ihrem Kanal bei YouTube vorbei. Guckt bei Insta bei ihr vorbei. Lasst ein Abo da, lasst einen netten Kommentar da. Folgt ihr. Bastelbegabt der Wahnsinn. Bastelbegabt der Wahnsinn. Tolle Tutorials. Eine super liebe Frau. Eine mega sympathische Stimme. Ja, was soll ich noch sagen. Ich bedanke mich auch hier nochmal ganz, ganz herzlich bei dir. Und euch anderen wünsche ich jetzt einen richtig schönen Tag. Ich gehe jetzt mal ein bisschen verräumen. Und ja, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.